Also könnte ich mich safe trainieren, also... Ja, ja, ja. Lern, bist du zufrieden? Jo. Weil es ja gesagt hat, ich soll mein Bestes geben und soll kochen. Ich kriege, wo ist denn so lange Pause zwischen jetzt und Start? Sechs Minuten. Denk jetzt gar nicht gut. IGL-Verbremser ist der... Ja, man, wir streamen wieder. Mach den Stream kurz aus, frage ich. Das ist NoFront, der größte Wirt, den ich je gesehen habe. Was denn? Leon oder Leon. Der Verbremser. Habe ich oder geschrieben? Du hast Leon oder Leon... Lass so, lass... Aber ich sag ganz ehrlich, das hat auch was. Das hat auch was. Das hat was. Ja, dann... Das ist schon so ne... Das ist schon ne... Das ist schon ne Geiles. Dann war's. Dann war's. Dann war's Absicht. Leon oder Leon. Ich hab' gesagt, der mittlere Balken, du Schwanz, nicht dieser seitliche. Ja, ich... Mag dich auch nicht als Moll. Ich weiß. Das Spiel mag mich nicht. Das Spiel mag mich nicht. Beschwerdevideos. Habe ich ein Setup? Ja, da ist eins. Hey, ist gar nicht gut. Herr Digga, jetzt kommt bei denen die Benachrichtigung, wir sind live mit Stint 6 in Ungarn. Ah, klar. Ja, zu dem Stint für euch kann man einfach gar keine Nachricht, also auch nicht mal streamen. Wo dieser Joker wieder gestreamt hat. Ja, die ganze Zeit? Ja. 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 Bei uns wurde 5 Sub angeboten oder so. Ja, bei euch. Ja. 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 Das spinnt er sich auch, ey. Ja. 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 stuart und fahrer sein das ist eine sehr gute frage was er noch in der party hatte ich habe noch bildschirmübertragung ist das verrückt und da wurde ich auch einfach ausgeschlossen recht so was tja ender lehrung hallo bitte helfen sie mir dem ist gar nicht gut so jetzt noch eben die stuart entscheidung dem typen erst mal zehn strafpunkte reindrücken mindestens soll ich ganz ehrlich der hat er tötet der hat einfach er hat ihn einfach getötet also wirklich achte gar ich habe mich über mein headset gestimmt ich habe mich selber beleidigt soll ich einfach die die stuart entscheidung einfach für uns beide vertreten ja mach mal ich schreibe das mal bei alles gegen ender leon ender leon sagt er will eine strafe haben jetzt schon vorm rennen ich sag schon eins zwei drei was fahren die denn da die gast haben alle zu hoffen vor mir ist wirklich eklig teilt ihr meint sein bildschirm neid durch teilen warum neun oder ich sag FIFA ist interessant ne ist wirklich nicht interessant da kannst du was lernen Da kannst du wohl etwas lernen Ist Soft oder Medium am Anfang besser? Ich glaube, ist egal, ist es ihr Glücksspiel, wenn ein Self-Dicker kommt? Ach, Mr. Medium ist ein Mann da dran Oh, kicsoloz Ah, Mr. Medium liegt doch kein Ohr Ich glaube, ich habe schon versucht Das ist ja auch die Filme an Blöds. Es geht schon mal hin, jetzt muss es sein. So, jetzt geht's. Bis zum nächsten Mal. So, erstmal die Kippe anmachen, dann trage ich den Stardau. Hüffen. Oh, dann mal rein ins Glück. Rad zum Flügelbruch. Geh ich stark von aus. Digger. Oh mein Gott. Was macht ein McLaren da? Tokio Rift. Hallo Hohemann, ich will doch nur weiter fahren. Och Bruder! Oh, Alter. Der ist ja komplett verrückt schon wieder. Ich hab die Ferrari ein hinten drauf gekriegt. Aber fahr halt. Brudi, fahr doch. Hallo, fährst du bitte? Digga! Fahr doch! Bruder, fahr doch! Vielleicht muss er jemanden vorbeilassen. Dann fährt er das Weg nicht. Dann wird's ja angestreckt werden. Ja, eh. Wird ja angestreckt, ich soll überholen. Brauchen wir mal entspannen. 13 Sekunden Delta pro Crews, Alter. Der hat dich so weggesniped. Hier darf ich du leeren. Dritter. Schaden keinen, ne? Ja, richtig. Ja, ich hab einen Pferd-Arschweg. Ich kann nicht gucken, dass wir jetzt einen Minderjährigen haben. Entschuldigung. Echt. Hals Er hat ja volle devalation ned. Echt, der erste. Der fährt aber gar nicht raus. Echt. Eine Katze, Taktik. Hat jemand den Hauptschirm offen? Mal gucken, ob der erste eine Strafe hat, weil der hat einfach Teil 1 nicht genommen, Teil 2. Ja, er hat eine Strafe. Ja, wir sind auch safe 10 Sekunden, der ist nämlich einfach Fullrad rausgefahren. Was für eine wird nicht angefangen, leider, aber... Der Mann hat auch die Lobby-Datrix hingefickt. Okay, DRS ist jetzt abhängig. Okay, DRS ist jetzt abhängig. Okay, wir haben noch alles. recurse hinweg. Okay, hier habe ich mit Weishabest. Okay, ich möchte jetzt noch nicht vor, Wir haben einen Schrocken, und ich bin ein Schrocken. Ich habe mich da gegeben, der ist doch noch nicht. Ich hab die Kirche gesessen. Ich habe die Kirche. Ich habe die Kirche nicht. Das istнемitte. Kaffee das war nur eine 5s strafe die er fürs abkürzen bekommen hat, das war aspektlos er ist ersten warte, deshalb habe ich respektlos das ist krass wie schnell die sind der vd hat ungefähr 50% wenn ich das ablesen kann das wir beide leon heißen hilft überhaupt nicht bmg, bmg, einfach nur bmg jetzt ja, passt ja, passt Es ist so schön, es ist so schön. Ah, der hinter mir ist auch ein bisschen besser als ich. Ah, der hinter mir ist. Ah, der hinter mir ist. Ah, der hinter mir ist auch ein bisschen besser als ich. Ah, der hinter mir ist auch ein bisschen besser als ich. Ah, der hinter mir ist auch ein bisschen besser als ich. Ah, der hinter mir ist auch ein bisschen besser als ich. Ah, der hinter mir ist auch ein bisschen besser als ich. Ah, der hinter mir ist auch ein bisschen besser als ich. Ah, der hinter mir ist. Ah, der hinter mir ist auch ein bisschen besser als ich. Ah, der klarer hat 80%. Ja, die knallen mich jetzt beide durch. Ah, der hinter mir ist auch ein bisschen besser als ich. éd ist auch ein bisschen besser als ich. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Okay, you're within one second of the car ahead. Get ready to use the DRS for the overtake. You're within one second of the car. You should do the DRS for the first time. You should do the DRS for the first time. When you're at the last one, you'll be able to track the DRS. Okay. So, Freunde, guten Nacht, Leon, EMG, später. Hier, 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 hier. Ich weiß nicht, ob ein Stopp funktioniert. Ganz ehrlich. Ah, ne, glaube ich nicht. Ich bin schon 22 auf dem Mediums und ich muss die bis 30 fahren in der Theorie. Der wäre halt komplett so 50-60%. Ja. Wird vielleicht so 19 oder so auf Soft gehen und dann... Wenn kein Safety Car kommt halt am Ende nochmal auf Medium. Ja, würde ich sogar mitgehen. Ja, Medium, Medium, Soft aber auch nach dem. Ja, ich würde erst auf Soft, damit ich beim Safety Car schon zwei Reifen habe. Oh. Oh. Okay, you're in the dirty air of the current front. Let's get past them. Ja, wir sind auch so viel besser als alle anderen. Momentan. Also zumindest die, die ich sehe, nur den fünften Ding an. Da... Den Knall noch komplett weg. Oh. Oh, gut. Okay, wir sind die Kurs. Okay, you're losing a small amount of time to the car behind, just keep pushing. Okay, radar is clear, weather is looking good for now. Dry is definitely seem like the fastest tire at the moment. Digger, we have now already got overruns. Yeah, I got overruns. Oh, there is... I believe... Ah! trotz wochen könnte trotzdem hallo was tut er denn da so sauer werden jetzt jetzt gibt es was ist er denn da vorne jetzt wird er vorbei und kommt wieder auf die jahle zurück ich bin noch da, guten morgen aber der kriegt kein der ist ja doch das schnüchter ich habe jetzt 30 auf meinem schlimmsten ja ich mache jede Runde so 2 ungefähr 12% ja mit hart vielleicht aber ich weiß nicht wie viel langsamer der hart hier ist hart sowieso nicht so krass um 100% rennen hab ich schon gemerkt ja 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 ich bin dann ja 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 ha ja Ich erworne mich. Das könnten wir eigentlich doppelt anfragen, ich glaube es war der gleiche. Erst lässt er mich nicht auf die Strecke zurück und dann snipet er dich weg. Stimmt war es, der ist zweimal am Ferrari gefickt. Top. So. Aber erst eine schnelle Pfeifung. Stimmt, so kannst du das noch nicht anstecken, aber das ist einfach nicht anstecken. So, ich mache den Hauptfache, ich sage, ist nicht einmal der Unterfache, man kann es nicht anstecken. Ich mache ihn davon, warum ich ja jetzt nicht diesen Kuss küsse, schnaess mich nicht anstecken. Ich gehe jetzt schnaiye, dass du nicht auf meine ganze Zeit wiederstunden ab. Ich gehe die Strecke aus der Abbrachung. Ich gehe mich an, dass du nicht in der Seite fest den Kuss erwartest und nicht würdest, dass du nicht aus der Abbrachung, du nicht aus der Abbrachung, du nicht aus der Abbrachung. Und dann bin ich ja, datasette du nicht aus der Abbrachung. Was macht der denn da? Der ist komplett drunk. Bitte Jugs rein. Ja, er wird jetzt schon. Er wird jetzt schon. Ich soll zwei gehen. Oh, was geht denn da? Warten. Ja. Mach auch. McLaren auf Medium. Aber er hat fünf Sekunden. Also da muss ich auch sitzen. Wievielter ist der? Jetzt? Neun. Ah, ich wäre hinter dem noch. Schade. Auch kein Traffic oder so. TUR. Aaaaaaah. Pfff. Segen. Da muss ich lossegen. Fuck Harry mit der Balanschale Ja, aber... Jetzt hart durch oder medium soft? Medium soft Och nee, Mann Oh, das war so'n easy Podium Ja Äh, hast du Flügelschaden auf, ja? Hier Ja Och, ich knechte Ja, ich wollte den... Ich hab den die ganze Zeit in meinem Kopf schon weg gehatet, den Ferrari Ich freue mich, dass der in Ascari immer so schlecht ist Ja, top Ja Du warst auch fett schneller als der, aber... Du hättest halt nicht wegfahren können Ja Och, Digga Wunder Tüte, die scheiß Kurve, Digga Genau gleich gefahren wie... 18 Runden vorher Ja, fantastische Hauptsinn-Kauf hier Ja Ich bin auf hart Ja, ja Ja Du musst reinigen auf hart Ja 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 Ich hab mich da auch gefangen geschenkt Ja Ja Ich hab mich da auch gefangen schienen ja einer leon viel erfolg noch top 5 da ich auch ja 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 noch eine verwarnung dazu find the du 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 der ist ja frustrierend hätten wir aber auch anders machen können ich bin gespannt die haben viele leute hart, die werden jetzt richtig scheiße sein ja, da haben wir schon wieder 20km weit, da haben sie sich verfahren ja ich muss sagen, dass da einen wird ganz weit auch mal diven ich kann die ja callen, ich kann auf den ersten gehen ja, fährt los ach, die hier nicht ja 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 Oh, jetzt auch totiger Streamer aus, top. Oh, jetzt auch tot. Ich sag, oh mein Gott, was machen die denn da? Denk ist gar nicht gut. Der hinter dir ist auch einfach vor Schreck gestorben. Oh, jetzt ist der Safety Car. Oh, jetzt geht's. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 sag mal, müsst ihr die Boxen subs nicht selber machen, oder warum ist das grad so komisch mit dem Bild im Stream? Wie meinst du? Ah, die Quatschstellen, der guckt dir zu, ne? Ja. Ach so, das sieht okay, das sah grad total komisch aus. Das war so klar, dass ich reingehe und genau dann Safety gekommen ist, das war so klar. Gut, da hast du ja keine Einfluss drauf. Gut, da hast du ja keine Einfluss drauf. Gut, da hast du ja keine Einfluss drauf. Gut, da sind noch ein Hilf. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020